Wollt ihr jetzt wo kommen? Ja, da brennt irgendwas. Wir haben einen feindlichen Jeep, gegenüberliegende Insel. Linkester Zipfel aus ihrer Blickrichtung, komm. Ja, verstanden. Frage, ist dieser Aufsiedler markiert, komm an. Markierung nicht möglich, Fahrzeug in Bewegung. Aktuell fährt es wieder Richtung Südwest. Gold verstanden, wir versuchen aufzuklären. Leiten, wenn möglich. Achtung, Boot. Alter, ich hab den Fahrer rausgeschossen. Hier Gold, feindliches Fahrzeug, Fahrer ausgeschaltet. Alter, Leute. Die Tab-Markierung steht. Der fährt jetzt im Kreis, der Affe. Der fährt jetzt im Kreis, der Fahrer standen. Bei Rot hier Blau halten Sie sich links. Kürzester Weg zu Steinen, Henne. Mega. Hier vier Frage, Boot eins. Brauchen wir das noch oder kann ich dann mit Schmackes rauf? Wir brauchen das Boot, also abbremsen und links bei den großen Steinen halten. Nicht Linie folgen, Henne. So, Dodo, wartest du jetzt mit dem Jeep? Boah, danke, Leute. Das war wirklich ein geiler Schuss. Das hat doch einfach Spaß gemacht, ne? Wie das Ding jetzt im Kreis fährt, ist einfach irre witzig. Den hat so komplett in den Kopf geschossen. Ich hab dem vollen Kopf geschossen. Oh mein Gott, das war einfach gut. Ähm, gut. Game Face. Ähm, der müsste auf 2 zu 0 sein eigentlich. Irgendwo dort, da müsste er sich hochbewegen. Ich sehe den aber nicht. Ah, guck mal, jetzt beschießt. Jetzt kann der Jettet ordentlich wegmachen. Sehr gut. Ich hab keine Sicht auf den Jeep. Hast du den gesehen? Nee. Ich sehe, da hinten fährt ein Jeep ganz hinten auf der Straße. Kein Jeep in Sicht auf der nächsten Insel. Wir versuchen weiter aufzuklären. Alter, Schmerz. Puh. Hut ab. Hut ab. Was hat denn die abgeschossen?